Advent. Morgens ist es dunkel, wenn wir aus dem Haus gehen und abends ist es dunkel, wenn wir wiederkommen. Und das geht noch bis Weihnachten immer weiter. Die Dunkelheit ist schon bedrückend und das ist nicht nur ein äußerliches Element, auch innerlich ist es viel Dunkelheit, die uns im Moment umgibt, denn wir stecken in vielen Krisen. Der Krieg in der Ukraine geht unvermindert weiter. Die Klimakrise zeigt ihre Seiten und ruft uns auf etwas zu tun. Energiekrise ist für unser Land ein großes Problem und nicht nur für unser Land. Wir stecken mittendrin in Dunkelheiten. Für mich ist der Advent, ich glaube man sagt das so, etwas Antizyklisches. Mitten in der wachsenden Dunkelheit zünden wir Lichter an. Eins nach dem anderen und es wird heller. Das ist für mich die Botschaft dieses Jahres, dass wir nicht nur Dunkelheiten erleben, sondern Lichter anzünden, dass wir Hoffnungen wecken und zwar jetzt schon in den dunklen Zeiten. Wir hören in der Adventszeit die Lesungen aus dem Buch Jesaja. Da steht zum Beispiel im 29. Kapitel, so spricht Gott der Herr, ist es nicht nur noch eine kurze Zeit? Dann wandelt sich der Libanon in einen Baumgarten und der Baumgarten wird als Wald gelten. Die Tauben werden an jenem Tag die Worte des Buches hören und aus Dunkel und Finsternis werden die Augen der Blinden sehen. Advent heißt antizyklisch handeln. Das heißt, auch wenn jetzt immer noch über Waffen und Waffenlieferungen diskutiert werden muss, weil Krieg herrscht in der Ukraine, tun wir doch etwas, um den Frieden zu befördern. Wie wird es denn weitergehen in diesem Land und zwischen den beiden befeindeten Ländern, wenn über Generationen Hass gesät wird? Wir wollen Frieden säen. Oder in unserem Land die Energiekrise, sie mag dazu führen, dass sich unsere Gesellschaft noch mehr spaltet. Jetzt gilt es etwas zu tun, dass wir das verhindern, dass wir Solidarität zeigen mit denen, die nicht wissen, ob sie ihre Wohnungen behalten können. Die brauchen unsere finanzielle Kraft und unsere physische und mentale Solidarität. Das ist für mich Advent. Also antizyklisch. Lichter anstecken, wo die Dunkelheit immer größer wird. Für mich ist das ein Zeichen der Hoffnung und ich wünsche, dass wir es alle miteinander anpacken. Einen gesegneten Advent für Sie alle.